Der Feind erobert Abel! Baker ist verlorlich! Wir halten Baker! Sie erobern Baker! Feuer einstellen! Wurde! 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 Zone! Wie alt bist du jetzt? Ich bin 15, noch. Wenn du 16 bist, dann würde ich dann einfach mal abholen und verspielen. Ja, normal. Am 27. Hä? Dezember? Ja. Hey, du hast am selben Tag Geburtstag wie ich gerade die. Halt's den Maul, ehrlich? Nee, ich hab ihn mal geburtzt. Sorry. Aber ich kenne voll viele. Du hast nicht gewonnen, gegen mich. Einmal gegen dich, einmal gegen Elia. Du hast unentschieden gegen mich gespielt. Das ist ja Quatsch. Ja, bitte, warte, nehm. Boah, alter, ob du ein unblüffliches Drecksgriff. Selbst die Dreijährigen wissen, dass wir sie nicht erwachsen unterhalten. Die Kinder, die Fremde halten! Nein, ich hab keine Weile. Oh, schieß. Ich war da, wenn ich gleiche... Ah, da sieht man offiziell immer Watto... Watto... Oh-oh. Team-Kill, safe. Hö, der hat geglitscht, der ist gerade geflogen. Wat? Ich bin alleine auf C. Wo sollen sie hin? Nein, Miche. Boah, ich hab dich angefrankt. Nein, ich hab mich jetzt auch angefrankt. Hahaha. Komm, geh mal hier in die Vorratskiste. Lenkbomber abgeworfen. Ja, die rennt weg. Die ist zum Mergel. Die ist zum Mergel voll. Baker wird gesichert. So, und jetzt kriegt ihr mir von mir... ...so'n Ding, wa? Komm, schnell, da sind drei. Komm! Nein, miche! Ich hab mich vor... Hahaha.